Die Gruppe hat jetzt den Auftrag erhalten, den Chaos-Riss zu schließen. Vor ihm sind eine große Anzahl gegnerischer Mobs erschienen. Der Main-Tank rennt vor die Gruppe und zieht die Gegner zusammen. Anschließend werden sie durch den AOE gelegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sobald sich der rote Balken auf der linken Seite des Bildschirms geleert hat, geht die Quest als beendet. Die Gruppe muss keine weiteren Gegner töten. Sie flieht Richtung Süden. Sobald man alle Vorquests beendet hat, gelangt man zum Endboss des Rabenherz. Dieser ist das große Dunkel. Nachdem der Boss besiegt wurde, erscheinen sieben weitere Dunkel. Jedes Mal, wenn man eins von ihnen tötet, erscheinen sechs Erdpeiniger. Diese können durch ihre Sensenangriffe massiven Schaden an der Gruppe anrichten. Um diese zu vermeiden, muss die Gruppe unbedingt ballen und die abwehr gegen Nahkampf setzen. Sobald die Gegner die Gruppe umstehen, wird Tryptophanen siegelt und ihr seid alle Schwächlinge auf sie gewirkt. Es empfiehlt sich, das große Dunkel anzulocken. Da die gegnerischen Pop-Ups ungefähr an der jetzigen Stelle des großen Dunkels erscheinen werden, können wir uns so einen Zeitraum verschaffen, während die Gegner auf uns zurennen. Während dieses Zeitraumes wird finale Wiederherstellung und Splatterwaffe auf die Gruppe verteilt. Die Abwehr gegen Nahkampf wird gesetzt. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dementsprechend muss der Warder jedes Mal, wenn diese erscheinen, Don't Trip und anschließend Kreis der Stabilität aktivieren, um dies zu verhindern. Die Gruppe stößt gemeinsam in den zweiten Raum vor, um dort die gegnerischen Spawns zu aktivieren. Nachdem diese aktiviert wurden, wird die Gruppe zurückrennen und ballen. Anschließend wird der Main Tank die gegnerischen Gruppen heranziehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.